Liebe Herr-Tanerinnen und Herr-Taner, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und ja, zwischen den Jahren, da wird man immer ein bisschen nachdenklich. Man hält inne, man reflektiert, was lief gut, was lief schlecht, was war das eigentlich für ein Jahr und welche Vorsätze gibt es eigentlich für das neue Jahr. Und genau über all diese Fragen möchte ich heute mit unserem Geschäftsführer Friedi Bobic sprechen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin sehr gerne da. Friedi, das Jahr 2021 aus härter Sicht war, ich sag mal, ein bewegtes. Wir haben zum Jahr angefangen mit einem Abstiegskampf, den wir positiv gestalten konnten. Zwei Trainerwechsel, Wechsel in der Führungsetage, Preetz musste gehen, Carsten Schmidt kam und ging, du kamst. Wie würdest du dieses Jahr 2021 aus deiner Sicht zusammenfassen, mit deinen persönlichen Worten beschreiben? Ja, es war ein bewegtes Jahr. Und es ist ja sehr, sehr vieles passiert. Du hast es gerade schön, glaube ich, auch zusammengefasst. Was wirklich alles passiert ist, ist eigentlich Wahnsinn. Das ist bei einigen anderen Klubs, vielleicht passiert sowas in fünf Jahren, was bei uns alles so zusammenkam. Es ist wirklich vieles einfach passiert, vieles nicht geplant und natürlich sehr, sehr hart. Und ich konnte es mir mal einfach machen jetzt eigentlich und könnte sagen, das erste halbe Jahr war eigentlich alles okay für mich, weil ich ja ganz woanders war. Aber damit gebe ich mich nicht zufrieden, sondern das, was ich beobachten konnte oder was ich sehen konnte, war ja ein harter Abstiegskampf, den man, den man, den man geschafft hat. Unter schwierigsten Bedingungen, ja, hat man das, das Unheil abgewendet. Und ja, dann ging es los. Dann ging es los auch für mich schon am ersten Juni, mich einzufinden, mir alles anzuschauen, einzutauchen auch. Und selbst da in dieser Zeit und jetzt in dem halben Jahr ist unheimlich viel passiert. Es gab kleine positive Highlights zwischendrin. Man hat neue Prozesse angeschoben und da kommen wir sicherlich noch drauf. Aber wir haben aber auch sehr harte Niederlagen erlitten. Wir haben leider Personalwechsel gehabt in der Geschäftsführung mit, mit Carsten Schmidt, den wir leider verloren haben, aufgrund auch privater, privater Umstände, dass man einfach respektieren muss. Aber trotzdem war das erstmal auch für mich so ein Schlag, ja, dass eben sowas passiert und wir mussten uns wieder neu, neu strukturieren, neu organisieren und dann natürlich auch im sportlichen Bereich. Trainerwechsel hast du auch nie Lust eigentlich noch mal zu machen, gerade in einer Vorrunde. Aber es ist eben passiert und das war unsere Überzeugung, dass wir es machen müssen. Ja, und am Ende sind wir froh, dass wir erstmal gut aus dem Jahr kommen, in einer sehr schwierigen und für das halbe Jahr, wenn ich sprechen kann, sehr komplizierten Vorrunde. Mit dem Sieg rauszugehen ist natürlich was, was ganz, ganz Schönes. Aber klar, es liegt noch viel Arbeit für uns. Es war tricky, ja, und wir sind wieder da, wo wir gefühlt nicht angefangen haben, aber auch vom Leben her so, dass wir gesagt haben, jetzt sind wir wieder in so einer Phase, weniger Zuschauer da, wir können unsere, unsere Fans nicht so mitnehmen, wie wir es eigentlich wollen, ja, und die können diese Highlights nicht so hautnah mit uns miterleben. Wir werden, wir werden alle fighten müssen, wir werden alle fighten müssen, wir werden das tun. Friedi, jetzt hast du gesagt, die erste Jahreshälfte hast du woanders verbracht, du hattest eine Sicht von außen auf diesen Verein, jetzt hast du eine Sicht von innen heraus. Gibt es eine Sache, die dich überrascht hat, die du von außen betrachtest, gar nicht so wahrgenommen hast, positiv wie negativ? Ja, es ist schon so, dass natürlich, was du von draußen so beobachtet hast, war schon, hat man gemerkt einfach, dass es strukturell und auch so in dem Ansinnen, was will man eigentlich als Verein, oder wo willst du eigentlich hinkommen? Dass es so diverse, diverse Meinungen dazu gab, im Endeffekt auch und dass man extrem laut war mal zwischendrin und dann wieder ein bisschen demütiger, dann mit dem Klassenerhalt auch zu laut aus meiner Sicht. Ja, man hat eigentlich nur das geschafft, was die Pflicht ist, die Klasse zu halten und das war doch, gefühlt war es ja, ich weiß ja, das ist immer eine große Erleichterung, aber wie man sich nach draußen dargestellt hat, war aus meiner Sicht falsch und war nicht, war nicht richtig, sondern man hat immer sagen müssen, ja, wir haben das, die Pflicht geschafft, aber deswegen muss man jetzt eine riesen Party machen. Ja, also so kam das einem von außen vor, muss ich ganz, ganz offen so sagen. Und dann ging es, und dann ging es, und dann ist es ja auch so, dass es, dass es, die, die Innsicht ist natürlich eine andere, die, wenn du, wenn du dann, ich habe immer gesagt, wenn du so in dem, in der Werkstatt dann drin bist, total drin und siehst auch, wie, wie, wie die Menschen miteinander oder, ja, die Mitarbeiter miteinander und im sportlichen Bereich auch, wie die miteinander arbeiten, habe ich halt doch schon einiges gesehen, was mich doch ein bisschen gewundert hat, ja. Man hat in sehr vieles Silo-Denken gehabt, sehr vieles Insel-Denken gehabt, jeder hat so sein Ding ein bisschen gemacht, sicherlich mit bestem Wissen und Gewissen, ja, aber irgendwie doch nicht zusammen, ja. Und ich glaube, hier steht es irgendwo drauf, hier gemeinsam. Gemeinsam härter, ja. Gemeinsam härter, so richtig gefühlt habe ich das nicht, ja. Und habe schon, habe schon nach, nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Monaten schon gedacht, das wird schon, schon ein langer Weg werden, ja. Es wird kein einfacher Weg werden, ja. Auch alle wieder zusammenzuführen, auch das auch vorzugeben, aber genauso selber so, selber so, selber so zu agieren auch, ja. Was für mich eigentlich ganz normal war, ja. Aber es ist ein Prozess, alle mitzunehmen, alle auch zu überzeugen, was heißt denn Leistung, ja. Und was heißt denn wirklich an seine Grenzen zu gehen, aber was heißt es vor allem auch abzugeben von sich selbst, seine absolute Top-Leistung zu bringen als Spieler, aber genauso wie als Mitarbeiter von Hertha BSC, um nachher auch Erfolg zu haben, ja. In die Gemeinschaft herein, ja. Und das sind, das ist sicherlich etwas, an dem Prozess arbeiten wir sehr stark, ja. Weil es auch viele Veränderungen gab. Und Veränderungen und Bewegung ist ja in einem Verein eigentlich nie was Schlechtes, ja. Mit dem richtigen Ziel. Das Ziel ist es einfach wirklich, an seine Leistungsgrenzen zu kommen. Jetzt war das die Zustandsbeschreibung, als du hier angekommen bist. Wie sieht denn deine persönliche Bilanz aus? Bist du mittlerweile zufrieden oder, was ich mich gefragt habe, bereut ein Friedi Bobic auch manche Sachen? Ne, ne. Ich hab, das ist ja das, was mich viele fragen, hast du das so schwer vorgestellt oder bereust du das? Ne. Ich wollte genau so eine Aufgabe haben, ja. Und das hat mich ja gereizt an der Geschichte, ja. Da geht es nie ums, ums Monetäre oder wie auch immer, was manchmal so oberflächlich dargestellt wird, sondern einfach, mich hat es einfach gereizt, ja. Ich hab gesagt, was ist denn das Spannendste, was es in der Bundesliga oder vielleicht fast im europäischen Fußball gerade gibt, ist, diesen Verein dahin zu führen, wo er sich vielleicht auch selber sieht, ja. Und das sind aber, das kostet viel Kraft. Ich hab das jetzt einmal fünf Jahre gemacht. Und da war es genau nicht so einfach am Anfang, ja. Und man hat es dann geschafft. Aber auch, weil wir wirklich eine Gemeinschaft gehabt haben, die einfach funktioniert hat dann am Ende, ja. Nicht am Anfang. Am Anfang war es genauso schwierig. Aber hier natürlich noch ein bisschen spezieller, ja. Berlin ist, ist hart, ja. Ist klar und sehr offen, ja. Und das ist das, was ich jetzt versuche natürlich auch mit dem Team, was ich zur Verfügung habe, auch den Neuen, die dazu gekommen sind, aber auch die, die schon da waren, das zusammenzuführen und dann einfach das Beste rauszuholen, ja. Und deswegen wird es, wird es auf jeden Fall noch viel, viel Arbeit sein. Also ich, ich fühle mich wohl. Das ist so, ja. Ich habe, ich weiß, was ich, was ich, was ich, was ich möchte und was, wie es auch, wie es auch selber leben möchte eigentlich auch. Und wird jetzt nicht, weil es mal ein paar Rückschläge gibt und die, ist ganz normal, dass es die gibt, dass man dann gleich einen kleinen Ball gibt und sagt, na gut, okay, das war doch ein bisschen anders und ich suche mir was, was Nettes, ja. Was Nettes hätte ich mir suchen können, war ja gar kein Problem gewesen, weil die Angebote waren auch da. Aber mich hat schon gereizt, zu Hertha wieder zurückzukehren. Obwohl es nie in meinem Zukunftsplan früher war, bin ich auch ganz ehrlich, ja, dass ich nochmal hierher komme. Aber trotzdem hatte, der Reiz war einfach größer und die Aufgabe mit 50 fühlt man sich dann einfach gut, wo man sagt, hey komm, du hast noch Power, ja. Und du willst, du willst versuchen, nicht nur versuchen, sondern auch umzusetzen, das, was du vielleicht schon mal geschafft hast, ja. Und genau hier. Und das würde mich am meisten freuen, wenn alle dann natürlich irgendwann happy sind und sagen, ja, der Weg ist der richtige. Du hast gerade auf diesen Hashtag gemeinsam Hertha gezeigt. Gab es in den letzten Wochen, Monaten einen Moment, wo du gesagt hast, da war ich richtig stolz. Genau diese Richtung müssen wir einschlagen. Das ist ein Ansatz, den ich weiter verfolgen möchte. Ja, es sind viele kleine Sachen, die ich dann auch in der Organisation spüre. Ich habe immer gesagt, so dieses Team ums Team, was um die Mannschaft ist, ist eigentlich wichtiger noch als die Mannschaft. Hört sich blöd an. Aber es ist so, weil sie dafür verantwortlich sind in den Prozessen und in dem Beibringen, also auch dem, was sie den Spielern im Endeffekt auch rübergeben, dass sie versuchen, wirklich alles dafür zu tun, dass die Jungs auf dem Platz nachher besser funktionieren. Ja, weil wir müssen sie ja irgendwo in eine Richtung auch führen. Ja, und auch das aber selber auch so präsentieren, auch und selber auch so sein. Ja, und da habe ich viele kleine Erfolge gesehen. Ja, natürlich am Anfang erst mal so ein bisschen Misstrauen. Ja, oh, da sind einige und jetzt kommt was ganz, was ganz, ganz Neues und sowas. Ja, einige, die vielleicht das Tempo nicht mitgehen können, weil ich sehr stark aufs Tempo immer drücke. Ja, dass man schnelle Entscheidungen trifft, klare Entscheidungen trifft und aber auch ehrlich miteinander umgeht. Nicht den, ich sage zu dir was über den Dritten, sondern direkt die Kommunikation sucht. Gerade dieses Kommunikative war sicherlich sehr wünschenswert eigentlich, dass es da gar nicht in der Hinsicht dieses gab, sich untereinander auszutauschen und auch wirklich vielleicht unangenehme Dinge anzusprechen, aber nicht für sich selbst, sondern für die Sache. Ja, und da waren viele, viele positive Erfolge bis jetzt da, die man gar nicht so sieht. Und trotzdem sind auch viele Sachen da, die ich auch hier in der Organisation bei Hertha einfach sehr positiv sehe, wenn ich sehe, was wir, was wir im sozialen Bereich machen. Viele solche Themen, die vielleicht nicht so sichtbar sind nach draußen. Die sind immer sichtbar, wenn man, wenn man viele Punkte holt und irgendwie an der Tabelle und dann heißt es, oh, Hertha macht das toll. Es sind viele Sachen hier, die auch bei der Hertha, die einfach vorbildlich gemacht werden, richtig gut gemacht werden. Und es steckt unheimlich viel Talent in diesem Verein. Viel Talent und die Talente muss man aber fördern und da müssen wir nicht drücken und müssen wir wegdrücken, sondern die musst du entfalten lassen. Und das ist in der Geschäftsführung etwas, was du immer wieder antreiben musst, dass du Talente entfalten lässt und auch Raum gibst für ihre ganzen Ideen auch umzusetzen. Und das war alles so ein bisschen gefühlt bürokratisch und so ein bisschen, naja gut, wir haben es schon immer so gemacht, so machen wir es immer noch. Ein bisschen behördlich. So ein bisschen behördlich, wie man im Amt irgendwo ist und denkt, ich schlafe gleich ein. Also wir brauchen dynamische Prozesse und diese dynamischen Prozesse wollen wir natürlich ganz klar anschieben, aber wir müssen auch Entscheidungen treffen. Auch diese Entscheidungsfindung und nach einer Entscheidung zu treffen am Ende des Tages waren eher defensiv als offensiv. Genauso wie das Spiel auf dem Platz. Eher passiv als aktiv. Interessant war immer beim Sportlichen bleiben, dass wir ein bisschen unter Druck waren und wir waren sehr stark zum Beispiel beim Spiel vor dem Frankfurt-Spiel unter Druck. Nicht wegen mir, weil ich da war, sondern sehr stark unter Druck. Das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ein gutes Spiel. Und da haben die Jungs gezeigt zum Beispiel. Und danach wurde immer ein bisschen hingestellt, ja Frankfurt war nicht so gut drauf. Nee, wir haben es nicht machen lassen. Wir haben wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Da habe ich gesagt, aha, siehst du mal, das können die Jungs leisten, wenn sie alles aus sich rausholen und wenn sie es gemeinsam machen. Wir haben es ab und zu dann wieder geschafft, dann sind wir wieder eingebrochen und zum Schluss gegen Dortmund haben wir nochmal gezeigt, wie es gemeinsam geht. Nicht so, wie es in Mainz geht, sondern wie es gemeinsam geht. Und wenn jeder für den anderen alles einsetzt und dann kommt auch das Spielerische dazu. Aber was mir in den letzten zwei, drei Wochen gefallen hat, ist, dass sie viel aktiver waren, diese Passivität weggelassen haben. Weil auch wir haben eine Analyse und ich persönlich auch eine Analyse dann machen lassen. Was ist denn in den letzten vier, fünf Jahren Hertha Bistie gewesen? Und auch das ein bisschen reflektiert, wenn wir gegen Hertha, damals noch ich in Frankfurt, wenn wir gespielt haben, wie haben wir denn Hertha wahrgenommen? Als fußballerische Mannschaft war es immer geprägt von einer Passivität. Also sprich eine passive Mannschaft, die eigentlich wenig agiert, sondern aus der Situation heraus mal agiert. Und das möchten wir gerne wegbekommen, wir müssen viel aktiver sein. Kann auch mal in die Hose gehen zwischendrin, aber trotzdem musst du auf dem Weg bleiben. Passivität, Stichwort bei der Derby-Niederlage, die sehr, sehr weh getan hat. Du bist danach auch offensiv gewesen in der Kommunikation, hast gesagt, du hast nach dem Spiel einige Schlüsse gezogen. Ich mutmaß mal, einer der Schlüsse war eventuell, dass es mit Pal Dada nicht mehr so lange weitergeht. Welche Gedanken hattest du nach diesem Spiel? Und was hat dich dazu befähigt, dann so offensiv damit auch umzugehen? Also was hast du gedacht? Nein, ich versuche ja auch immer ziemlich klar, auch die Dinge dann auch anzusprechen. Also keiner soll denken, ich mache das nur in der Öffentlichkeit wegen, weil ich mir nach draußen zeigen muss, sondern es passiert auch intern. Und dann werden die Dinge auch klar angesprochen. Und ich glaube, so fährt man am besten und am klarsten damit, so kommst du auch weiter. Und wenn ich gesehen habe, beim Unionsspiel hat mich jetzt klar, man kann immer von Spielverläufen reden, hin und her. Aber irgendwo die ganze Gemengenlage und wenn man jeden Tag auch bei der Mannschaft ist, vieles auch beobachtet, zieht. Auch mit den Trainern, wenn man spricht, dann merke ich halt, ist da dieses Feuer noch da, das ich mir wünsche eigentlich. Ist da diese Erkenntnis auch da, dass wir doch das anders machen müssen ein bisschen auch. Dass wir aktiver werden müssen einfach. Und nicht nur einfach reagieren. Und das war so ein Spiel bei Union, wo auch bei den Spielern einige Sachen ich gesehen habe, die mir nicht gefallen haben. Diesen Rückschlag hatten wir nochmal gegen Mainz, wo auch wieder das durchkam. Es ist noch so in dem einen oder anderen verhaftet drin, dass es manchmal schwer rauskriegt. Ja, noch und immer wieder so ein kleiner Rückfall da ist. Aber ich habe dann in der Erkenntnis natürlich auch nochmal die Woche beobachtet, genau, zum Augsburg-Spiel hin. Und merke einfach, es kommt keine Erkenntnis, wir müssen viel aktiver sein. Wir müssen eine andere Art von Fußball forcieren, weil die Spieler auch dafür da sind. Sie können das, aber man muss ihnen das natürlich mitgeben. Und dementsprechend war für mich auch dieses Augsburg-Spiel vom Ergebnis eigentlich nachher gar nicht mehr so wichtig, weil das Spiel hat mir das eigentlich einem wiedergegeben, nicht das 1-1 in der 97. Minute, sondern auch, was während eines Spiels passiert, aber auch was in der Kabine passiert und was man auch in den Hardware-Pausen ist, was für Erkenntnisse man daraus zieht. Weil ich kann das durch die Erfahrung natürlich sehen und ich weiß nicht, ich mache nicht alles richtig, auch ich mache Fehler. Aber trotzdem war mein Gefühl einfach, okay, wir müssen was anderes machen. Und das hat auch nichts mit Pahl persönlich zu tun, das habe ich mir auch so persönlich auch gesagt. Sondern ich schätze in der Hinsicht, dass er unheimlich vieles auch für die Hertha geleistet hat. Gerade auch im ersten Halbjahr 2021 mit dem Klassenerhalt sehr viel gemacht hat. Aber trotzdem war es nicht so, dass wir das einfach so ausblenden konnten, wie die Entwicklung der Mannschaft und der einzelnen Spieler ist. Weil daran wirst du auch als Trainer gemessen. Du hast Typhoon Korkut nach Berlin geholt, einen alten Bekannten aus Stuttgarter Zeiten. Medial gab es kritische Stimmen, Unzufriedenheit bei den Fans, bevor Typhoon Korkut überhaupt ein Spiel absolviert hat. Klar. Jetzt hat er vier Spiele gemacht, sieben Punkte. Wie würdest du seine erste Zeit hier bei Hertha zusammenfassen, bewerten? Und solche Spiele wie gegen Dortmund, 3 zu 2, schwingt es auch ein bisschen Genugtuung mit? Weniger als Dortmund-Spiel. Mir haben eigentlich mehr so Spiele gefallen wie in Stuttgart, wie er es geschafft hat, auch die Jungs schnell auf die Straße zu kriegen. Und auch in diesem Mut zuzusprechen, selbst nach dem 0-2 weiter zu spielen. Oder so eigentlich ein unheimlich souveränes Spiel wie gegen Bielefeld. Gegen eine sehr komplizierte Mannschaft, die nicht umsonst jetzt auch mal 2-0 gewonnen hat in Leipzig. Die wirklich kompliziert zu spielen ist und mit einer was für einer Souveränität und mit einem klaren Plan gespielt haben. Mit einer was für einer Geduld. Und das ist schon das, was er rüberbringt, dass er sich sehr gut anpassen kann auch dem, was er vorfindet. Und das hat er auch in den letzten Stationen eigentlich gut gezeigt. Aber er braucht natürlich auch Support. Das ist auch ganz wichtig und den kriegt er zu 100 Prozent. Und er hat auch keine Angst gehabt, diese Aufgabe wahrzunehmen. Nicht, weil er irgendwie gelangweilt war oder weil er jetzt mal keinen Job über eine längere Zeit gehabt hat. Den hätte er haben können, aber es war nie der richtige Zeitpunkt, hat er mir gesagt. Oder der richtige Verein da, wo er ein gutes Gefühl hatte. Auch das ist eine Stärke, nicht alles anzunehmen, sondern zu sagen, ja mit dir würde ich gerne. Und mit dem Team würde ich gerne arbeiten, weil da steckt viel mehr drin. So habe ich es auch gesehen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass er das genauso hier in Angriff genommen hat, was nicht einfach für ihn war. Ich glaube für ihn war es sehr interessant oder sehr spannend auch dann das andere Gesicht zu sehen, wie in Mainz. Der Mannschaft, auch zum Lernen, zum schnelleren Lernen. Und natürlich der Abschluss mit Borussia Dortmund war für ihn, aber auch für uns alle, glaube ich, einfach wichtig. Und die Latte haben die Jungs ja hochgelegt, damit sie auch jetzt wissen, wenn es dann bald wieder losgeht, am 29. Dezember, dass wir einiges dafür machen müssen, dass wir dieses Niveau und dieses Level auch halten können. Auch wenn wir mal zwischendrin einen Rückschlag haben, aber es stehen wichtige Spieler, gerade im Januar. Und da dürfen wir ja das Pokalspiel nicht vergessen. Auch zu Hause, da können wir einiges wieder gut machen, auch für unsere Fans. Aber da ist er ja total gewillt und hat weniger mit irgendwie, das ist jetzt mein Buddy von früher oder wie auch immer, ist es nicht. Sondern wir schätzen und respektieren uns. Ich glaube, das ist das Wichtigste, gerade auf dem Niveau. Und da macht das die Art und Weise, wie er es macht, ist erfrischend. Und wir brauchen Frische und wir brauchen keine Trägheit. Nochmal, ich brauche aktive Menschen, die wirklich ein Ziel verfolgen und die Jungs einfach besser machen wollen. Ich habe mal mit Zecke Neuendorf über die DNA von Hertha gesprochen und er hatte ein ganz klares Ziel. Er hat gesagt, er würde sich mal wünschen, dass elf Berliner Jungs in der Startelf in der Bundesliga für Hertha BSC spielen. Ist das eine Traumvorstellung, die unrealistisch ist, oder ist das ein tatsächliches Ziel, was dieser Verein verfolgen sollte? Das wird nie passieren. Warum? Weil ich Realist bin. Ja, es wird nie passieren und das ist wirklich eine Traumvorstellung. Und gut, er träumt halt auch manchmal gern. So ist er halt. So ist er halt. So kennt man halt. Ja, das wird nie passieren. Das wirst du nie schaffen. Das wird kein Verein schaffen. Muss man ganz klar sagen. Und natürlich ist es ein Traum, sowas zu denken. Aber eins ist auch klar, dass wir natürlich Berliner Jungs, die hier groß werden, auch in der Akademie, wo wir wirklich sehr talentierte Spieler haben, dass wir die irgendwann auch als Profis hier im Olympiastadion auflaufen sehen. Und das wird sicherlich immer ein Ziel sein. Aber es liegt auch an ihm selbst ein bisschen, diesen Kampf auch anzugehen. Vom Jugendfußball in den Männerfußball. Das ist ein großer Schritt. Es wird immer schnell von Talenten geredet. Und wenn du mal vier, fünf, sechs in einer Mannschaft hast, dann kannst du dich sehr glücklich schätzen, die aus der eigenen Stadt sind. Und im Endeffekt, ja, gefühlt von der Jugend oder fast von der Wiege auf bis in den Profibereich geschafft haben. Es ist, ja, man hat ab und zu mal eine richtig gute Generation und dann schafft es der eine oder andere. Aber im Normalfall und in der Realität wirst du elf wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ich würde mich auch freuen, wenn es so wäre. Also ich würde mich auch nicht erwehren, wenn es dazu kommen sollte. Berlin eine besondere Stadt. Hertha ein besonderer Verein. Berliner Identität. Viele Spieler sind in den vergangenen Jahren von außerhalb gekommen. Da warst du noch nicht hier. Wenn jetzt Spieler von außerhalb kommen würden, was würdest du, wie würdest du diesen Spielern erklären, was Hertha BSC, was ist Berliner Identität? Ja, sie werden ja sehr schnell, ich meine, viele kommen natürlich auch erstmal und sagen, ja, Hertha. Und dann, natürlich sehen sie sportlich erstmal was, aber finden natürlich auch die Stadt spannend. Das muss man auch ganz klar sagen. Und die Stadt ist eben so, sie birgt auch immer Gefahren. Ja, weil das einfach so divers ist, so aufregend ist, so offen ist zu allen. Hier kannst du wirklich sein, wer du sein möchtest. Ja, das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist so. Sonst würde ich auch nicht schon seit 2003 eigentlich hier meinen Wohnsitz haben. Das ist eine beeindruckende Stadt. Und das versucht man den Jungs auch zu klären, auch zu sagen, aber auch zu Hertha BSC, dass wir diese Stadt leben wollen. Als Verein auch. Und das auch mitnehmen wollen. Alles das, was ich jetzt vorher gesagt habe, auch das mitgibt, dass die Vielfalt hier sehr groß ist. Und dass man Respekt vor dem anderen hat, dass du wirklich dich hier eigentlich ausleben kannst. Ja. Aber auch eine gewisse Verantwortung hast auch. Und dass du ein Verein bist für die ganze Stadt bist. Ja. Und dass diese Identität oder auch diese Werte geben wir ihnen schon jetzt auch den neuen Spielern mit. Weil wir auch das Onboarding, wie das so schön neudeutsch heißt, also sprich Spieler kommen. Und werden mit einem Vertrag ausgerüstet. Aber erstmal sehen sie auch, was ist eigentlich Hertha BSC? Wie ist die Location? Wie ist die Stadt? Für was stehen wir auch? Ja. Was für Werte wir auch verkörpern auch. Ja. Dass wir ganz klar uns zu dieser Vielfalt und auch zu diesem offenen Miteinander einfach auch bekennen. Ja. Das sollen sie schon sehr, sehr schnell spüren. Ja. Die müssen das erstmal alles aufnehmen. Aber trotzdem werden sie es auch sehr schnell verstehen. Ja. Weil wenn der eine oder andere vielleicht dann das vielleicht irgendwann anders sieht, dann weiß er auch, wird er hier keine Zukunft haben. Ja. Das ist ganz klar. Nochmal ist es wichtig für uns, dass wir sie gut aufnehmen, dass wir sie sehr schnell begeistern und dass sie keine Ängste haben müssen vor Hertha und vor Berlin schon gar nicht. Friedi, fest steht, dass Hertha mehr ist als nur der rollende Ball. Wir sehen es hier. Das ist unser Sozialbericht. Mehr als Fußball. Wir sehen ja auch, wie dick der ist. Ja. Da sind alle Initiativen und Projekte drin, wo Herthanerinnen und Herthaner daran beteiligt waren. Du bist ja sehr erfahren im Fußballbereich. Ist das sehr, sehr einzigartig? Und ist das etwas, was du weiter forcieren möchtest? Sehr stark forcieren sogar. Und das ist das etwas, was ich vorher am Anfang so ein bisschen gesagt habe. Also Hertha ist ja viel mehr. Es ist nicht nur der Fußball auf dem grünen Rasen. Und ich habe das mitbekommen, habe mich da auch reingefuchst natürlich irgendwann. Was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich sonst noch so? Und da bin ich sehr stolz drauf, wenn ich sowas sehe. Weil ich das in der Form, in den Verein, wo ich damals reingekommen bin oder schon in der Bundesliga gearbeitet habe, gab es das in dieser Form noch gar nicht. Ja. Gab es auch. Wurde auch viel geholfen. Viel in den sozialen Projekten, aber in dieser geballten Form und so viel. Und wirklich so divers auch. Ob das Sertaner helfen ist. Ob das schöne Aktionen um Weihnachten ist. Aber auch über das ganze Jahr hinweg, was alles passiert. Und Blindenfußball, was drin ist. Inklusion. Und wirklich auch kurzfristige Sachen, die einfach auch passieren. Wo wir sehr schnell agiert haben, mit den Flutopfern zum Beispiel. Ja. Wo ich ja selber dann vor dem Frankfurt-Spiel viele davon getroffen habe. Vor dem Stadion. Ja. Die dann kamen aus diesen Regionen nicht nur einen Scheck zu überreichen, sondern einfach den Respekt zu zeigen und ihnen Hilfe auch anzubieten. Ja. Das war wirklich, das ist beeindruckend. Ja. Das ist einfach nur beeindruckend. Ich mache sehr viel im sozialen Bereich selber. Ja. Bin ja unheimlich viel aktiv da auch. Aber das, was wir hier schon auf die Beine gestellt haben. Ja. Und das hat jetzt mit mir erstmal gar nichts zu tun. Sondern da macht wirklich die CSR-Abteilung einfach einen überragenden Job. Ja. Das ist wichtig. Es ist aktuell nicht so sichtbar. Aber manchmal geht es mir gar nicht so um die Sichtbarkeit. Sondern wir machen es einfach. Ja. Sichtbar wird es dann immer nochmal, wenn wir 10 Punkte mehr jetzt hätten in der Tabelle. Aber das darf nicht der Grund sein, warum man das tut. Sondern das macht man als Überzeugung, weil man einfach was Gutes auch der Stadt zurückgeben möchte. Ja. Und das ist so ein Sozialbericht. Und die ganzen Projekte, die wir haben, sind für uns, für die Zukunft total wichtig. Einfach das genauso weiterzuführen, noch weiter auszubauen, noch weiter zu stärken. Um auch allen zu dokumentieren, ja, wir sind auch für die Stadt da. Nicht nur für den grünen Rasen, sondern wir sind wirklich auch für die Stadt da. Und versuchen in so vielen Bereichen, wie es uns möglich ist, wie viel Power wir auch haben, uns einzusetzen. Den gibt es übrigens auf unserer Homepage immer noch zum Downloaden. Das ist noch die Info für euch. Friedi, jetzt haben wir viel über Vergangenes gesprochen. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Da geht es am 2. Januarwochenende schon wieder weiter in der Liga. Und es steht ja auch noch eine Transferperiode an, vom 1. bis zum 31. Januar. Du hast mal auf einer PK gesagt, wir werden weitere Transferperioden brauchen, um den Kader da zu haben, wo wir ihn hin haben wollen. Wo soll er denn hin? Ja, es soll so hin, dass wir natürlich viel mehr Spiele gewinnen wollen, was unser Anspruch natürlich ist, dass wir natürlich lieber in der oberen Tabellenhälfte, also sprich immer sagt, da gibt es immer diese zwei Seiten, so bis Platz 9 und dann geht es von 10 runter, eigentlich immer in der ersten Hälfte am liebsten sind. Das ist natürlich immer das Ziel, das ist ganz klar. Und deswegen werden wir natürlich auch in dieser Zeit, die wir haben, und das sollte man nie vergessen, ja, und aufhören von irgendwelcher Kohle zu sprechen, die es gar nicht gibt in der Form, ja, sondern einfach nur hart erstmal zu arbeiten, das wird das Wichtigste sein, ja, auf dem Trainingsplatz mit den Jungs, die wir da haben, die auch stärken, ja. Aber es wird immer wieder Veränderungen geben in den Mannschaften, das ist ganz normal. Aber in der Corona-Zeit natürlich aktuell ist es noch viel, viel schwieriger. Deswegen kann ich auch, da habe ich ein sehr komisches Gefühl oder ein schweres Gefühl, dass man nicht so richtig greifen kann, was passiert denn im Januar, ja. Passiert überhaupt was, ja. Aktuell ist es so, dass man sagen kann, in Europa, man sieht ja, was um uns rum los ist, wird wahrscheinlich wenig passieren, ja. Weil einfach die Vereine alle so ein bisschen schauen, dass sie flüssige Mittel haben, ja, dass sie im Endeffekt laufen können weiter, ja. Dass der Betrieb am Laufen gehalten wird, so wie es viele andere Unternehmen in anderen Bereichen genauso es versuchen. Nicht alle sind Corona-Gewinner, ja. Stimmt, ja. Die meisten eher nicht, ja. Genau, genau, genau. Jetzt verschicken wir keine Pakete und solche Sachen, ja. Ja, also nochmal, wir werden, wir haben eine Verantwortung, nicht nur gegenüber unseren Fans natürlich guten Fußball irgendwo zu liefern, aber insgesamt auch hier, dass wir als Hertha BSC auch in die Zukunft gehen können, ja. Und wenn dieser Spuk mal irgendwann mal vorbei ist, dann hoffentlich auch gesund da rauskommen und dann vielleicht wieder mehr anzugreifen, auch auf dem Transfermarkt, ja, wenn es dann möglich ist, ja. Also es wird sich schon im Fußball einiges verändern in den nächsten ein, zwei Jahren, ja. Die Nachwirkungen werden sehr, sehr groß sein und wir müssen sehr, sehr vorsichtig vorgehen, ja. Aber es bedeutet nicht passiv, auch wieder aktiv vorgehen und aus Überzeugung dann auch wirklich die richtigen Schritte auch tun und auch die Schnitte tun in der Mannschaft, ja. Und das werden wir machen und wir müssen halt genau ausbalancieren, wann der richtige Zeitpunkt ist, zum Beispiel eine Veränderung vorzunehmen, wann wir auch Spieler noch stärken müssen, die vielleicht nicht mehr die ganz große Zukunft bei uns haben. Aber erstmal die, die da sind, werden wir auf jeden Fall versuchen, an die Leistungsgrenze zu bringen. Das ist, das ist das Wichtigste und frisches Blut tut immer gut, ja, zwischendrin. Aber man kann auch nichts versprechen und keine Angst mehr, wenn auch keine Balken mehr versenden, ja. Die 22 Prozent, die vergessen wir immer ganz schnell. Du hast aber ja auch gesagt, dass dein Telefon gar nicht mehr still steht. Ja. Die wichtigere Frage ist ja, bei wem bleibst denn du dran? Welche Attribute muss denn ein Spieler mitbringen für dich, dass du sagst, ich hole ihn zu Hertha BSC? Welche, also wenn du mal drei, was ist dir wichtig an einem Spieler? Ja, wichtig ist mir schon ein klares Commitment. Ja, wenn es, wenn es nur über, 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 über das Geld geht oder das Wirtschaftliche geht, dann sind wir der falsche Ansprechpartner. Ja, dann, da würde ich eher auflegen. Ja, es muss schon, es muss schon ein Gefühl sein, auch im Gespräch. Ich muss es auch hier einfach spüren, ja. Ob er wirklich auch dieses, dieses Herz auch hat, ja. Ich habe immer gesagt, so Mentalität schlägt oft auch Qualität, ja. Ja. Das ist einfach so. Man, ich habe so viele tolle Talenten kommen und gehen sehen, die gar keiner mehr, gar keiner mehr kennt, die irgendwo in der Niederung im Fußball sind. Aber ich habe auch viele, viele, viel mehr habe ich kennengelernt, die eigentlich am Boden waren oder, oder die sich hochgekämpft haben und auch da oben geblieben sind, weil sie einfach viel mehr Herzblut dafür haben, ja. Und ich glaube auch, unsere Fans wollen auch Spieler sehen, die, die wirklich ihnen das Gefühl geben, sie geben alles, ja. Und dann sind auch manchmal Niederlagen gar nicht so schlimm. Sondern wenn man das Gefühl hat, jemand, jemand, jemand gibt alles oder die Mannschaft gibt alles, dann stehe ich auch gerne auf und und soll Respekt und Applaus, ja. Aber, und das wird natürlich ein Ziel sein, ja. Das müssen wir, das müssen wir reinbekommen, ja. Dass man, dass man alles reinhaut und nicht, dass man das Gefühl hat, du hast vielleicht mein Spiel verloren. Ja, aber die wollten ja gar nicht so ungefähr, ja. Da habe ich Verständnis dafür, dass man auch frustriert ist und auch laut ist und negativ ist, ja. Das ist, das ist klar und das wird, das wird unser Ziel sein. Und mit Spielern ist es so, es ist sehr viel passiert. Wir haben extrem großen Kader im Sommer übernommen, ja. Wir haben einiges versucht und vieles gemacht, ja. Und man hat ja auch gesehen, in welchen Kategorien wir, wir dann auch eingekauft haben, dass wir auch auf das Wirtschaftliche sehr stark geachtet haben, weil hätten wir es so weitergemacht, wäre es gefährlich gewesen, ja. So, jetzt sind wir in einer Situation, die, die nicht einfacher ist, ja. Die nochmal komplizierter geworden ist. Durch die Verschärfung Europa insgesamt auch mit dem, mit dem ganzen, mit dem ganzen Corona-Wahnsinn. Und werden wir, werden wir schon sehr sorgfältig damit umgehen, wie wir vielleicht noch den einen oder anderen kriegen. Natürlich würde ich, würde ich gerne noch den einen oder anderen Spieler dazu holen, den wir auch im Blick haben. Deswegen sage ich auch, wir sind immer vorbereitet. Ja, ich bin sehr stolz auf die, auf die Kaderplanung, auf die, auf die Abteilung, die Dirk Duffner leidet, mit, mit, mit seinem Team, mit Baba Kavane und, und den anderen, die sehr fleißig unterwegs sind, sehr strukturiert unterwegs sind, wo ein richtig anderer Geist da ist auch, ja, der, wo alle mitgenommen worden sind. Und die wirklich sehr, sehr umtriebig sind und, und unheimlich viele Vorschläge machen. Und wir die auch immer gemeinsam durchgehen. Und das Schöne ist, man weiß, okay, wenn bei uns was passiert, wir sind vorbereitet. Wir wissen ungefähr, nicht ungefähr, sondern ziemlich genau, welcher Spielertyp für uns machbar ist, ja. Und auch verfügbar ist. Das ist ja jetzt auch die Zeit der Vorsätze. Welchen Vorsatz würdest du denn den Jungs, also für 2022, der Mannschaft mit auf den Weg geben? Ja, das habe ich gemacht, als ich sie jetzt in den Urlaub verabschiedet habe. Was hast du gesagt? In den Kurzurlaube. Und das sind ja nichts, der Maßstab, den haben sie selbst hochgesetzt, jetzt mit dem, mit dem letzten Spiel gegen Borussia Dortmund. Nicht, dass sie jedes Mal natürlich die Kategorie Dortmund immer schlagen. Das wird auch nicht immer leider passieren. Erstmal, das sind wir noch nicht, ja. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Dass dieses Gesicht schöner ist, als das Gesicht drei, vier Tage vorher. Und sie mal da ein bisschen nachdenken sollen auch über genau diese zwei Gesichter, welches Gesicht denn schöner ist in der Gemeinschaft. Wie es schön ist, in die Gruppe zu investieren und nicht, wie in Mainz, auch abzuwinken zum Kollegen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Sondern einfach weiterzugehen und weiterzumachen. Und dass sie sehr hart arbeiten müssen, wenn sie zurückkommen. Wir müssen einiges aufholen und sehr hart arbeiten müssen. Wir sind jetzt in einer... Sieht schön aus auf der Tabelle. Wir sind schon ein bisschen weiter oben jetzt. Aber es ist trügerisch. Man sieht, was es bedeutet, drei, vier Siege mal schnell gemacht zu haben. Man ist oben dabei und denkt plötzlich, oh, jetzt geht alles von selbst. Nee. Es ist immer harte Arbeit, Bundesliga. Drei Niederlagen und du bist wieder unten dabei komplett. Also die ist schon sehr spannend und sehr trügerisch, diese Tabelle dieses Jahr. Sehr eng, ja. Sehr eng und deswegen sind viele Chancen da. Und ich rede lieber von den Chancen, als irgendwie, wir müssen aufpassen und wie auch immer. Positiv rangehen. Und das habe ich ihnen auch mitgegeben. Wirklich, schnauft mal durch. Macht euer Trainingsprogramm. Auch wichtig, ja. Und dann sehen wir uns wieder und dann geht es weiter. Und ich hoffe dann mit dem Gesicht, dass wir uns vorstellen. Das war ein kompliziertes halbes Jahr auch für die Spieler. Und man sollte auch nie außer Acht lassen, dass alles das, was um einen herum passiert. Das normale Leben gerade und wer was machen darf und wie. Und wie viele Tests und die ganzen Hygienegeschichten und sowas. Das belastet die Spieler auch sehr stark, ja. Und auch dieses Zurückkehren, eigentlich gefühlt zu Geisterspielen, belastet umso mehr. Das habe ich jetzt zwei Jahre durch und ich habe es immer bei den Jungs gemerkt. Man denkt immer, ja, das müssen die abhaben. Es ist nicht einfach. Es ist nicht so einfach, wie es sich viele vorstellen. Jetzt schreiben die Berliner Journalisten ja immer rund ums Geschehen im Olympiagelände sehr, sehr rege. Welche Schlagzeile würdest du denn am liebsten lesen am Ende der Saison über Hertha BSC? Mach ich mir mal weniger Gedanken darüber, was für Schlagzeilen kommen. Es ist ja immer so, wir sind ja so ein wöchentliches Ding, wo du mal die Woche so hast, die Woche so hast. Insgesamt, wenn eine halbwegs Nichtzufriedenheit, ein Weg zu erkennen ist und sie diesen auch anerkennen, ja. Dass sowas auch ein bisschen Zeit braucht, ja. Dass der Respekt gegenüber dem Verein wieder gefühlt größer wird, weil den hatte ich jetzt nicht so, ja. Aber bedingt auch, weil man auch selber Fehler gemacht hat. Wenn man selber Fehler macht, darf man nicht jetzt auf Journalie oder auf die Fans schimpfen oder wie auch immer, sondern man hat ja selber genug Vorlagen geliefert, die dann wohl eigentlich ins Netz verwandelt worden sind, ja. Im negativen Sinne, sondern eher positive Schlagzeilen. Und positive Schlagzeilen können vieles sein, ja. Nicht, dass sie haben es jetzt geschafft oder wie auch immer, oder. Nein, dass der Weg der richtige ist, ja. Und dass sie das auch anerkennen und auch respektvoll mit dem Verein Hertha BSC umgehen. Mit unserem Verein, der es im Endeffekt auch verdient hat. Nicht nur immer das Herrchen in der Suppe zu suchen, ja. Bevor ich dich jetzt auch in deinen verdienten Weihnachtsurlaub entlasse, wie sieht denn das Weihnachten im Hause Bobic aus? Kartoffelsalat und Würstchen oder eher Rotkohl und Gänsekolten? Das ist nicht schlecht, ja. Das ist nicht schlecht, nein. Ich werde mal ein paar Tage nur weg sein, aber auch in Deutschland bleiben, ein paar Tage mal weg sein. Ich bin froh, dass meine Töchter in der Zeit auch mit dabei sind und mit meiner Frau zusammen werden wir ein paar Tage nur mal kurz mal abschalten. Und ich hoffe nicht, dass ich am 24. noch, so wie ich es letztes Jahr gehabt habe, nicht bei Hertha, aber bei Frankfurt um 18 Uhr noch einen Transfer fertig machen muss. Wenn es ein guter ist für die Hertha, dann mache ich es auch. Dann kriege ich wahrscheinlich wieder was zu hören von meinen drei Mädels. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, das Handy wird ja immer gefühlt an sein. Aber ich freue mich wirklich auch mal drei, vier Tage mal runter zu kommen. Und es wird auch genauso in der Länge sein. Ich werde in der Nähe sein und wenn ich gebraucht bin, bin ich da. Aber das meiste wird jetzt so passieren, noch die Tage und dann über Weihnachten ein bisschen Ruhe und dann wird es richtig wilde Sau werden. Ja, da bin ich mir sicher. Und das Handy wird wieder Chaos sein und wieder werden viele anrufen und alle werden dir alles anbieten im Endeffekt. Und viele Sachen sind zu 99 Prozent gar nicht machbar. Aber trotzdem, genießt es einfach und das werde ich machen. Friedi, ich wünsche dir eine schöne Erholung, gute Festtage und einen guten Jahreswechsel. Das wünschen wir euch auch. Bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen zuversichtlich. Ich glaube, da kommt was auf uns zu im neuen Jahr. Wir sehen uns in diesem nämlich wieder. Frohe Weihnachten und tschüss. Frohe Weihnachten.